Norddeutscher Rundfunk 2021 Zeig uns doch mal deine Möps zu, Sarah! Ja, bisschen länger! Jetzt machen wir die große Saus und anbietet die Post! Mann, das ist so eine Scheibe, da hab ich doch keine Idee! Vielleicht ist der andere Student noch am Leben. Fühlen Sie seinen Puls. Hey, Lisa! Ich muss unbedingt mit dir reden! Über was denn, Bart? Sei nur nicht so nervig, die Tour zieht bei mir nicht! Weißt du, dass wir die Bullen in der Schule haben? Die werden ein paar unangenehme Fragen stellen! Nur keine Angst, Liza! Öffne jetzt die Schranktür! Stop! Stop! Return to Horror High Spannend, schockierend, atemberaubend! Jetzt ist Schluss mit dem albernen Geknutsche! Ich will dich jetzt haben, Süße! Du kannst ruhig um Hilfe schreien! Das hört dich niemand! Tom, tu's nicht! Wieso denn nicht? Wenn du's mit Bert treiben kannst, dann mit mir auch! Wir drehen das noch mal und sie muss den BH ausziehen! Die Leute wollen was sehen fürs Geld! Oh, also... Kamera aus! Das ist ja nicht zu fassen! Jerry, für mein Geld drehst du das, was ich haben will, sonst hole ich mir einen anderen Regisseur! Jetzt reicht's mir! Ich steig aus! Glaubt ihr vielleicht, dass ich eine Pornodarstellerin will? Sucht euch eine andere! Oh Gott! Blut! Blut! Nein! Hilfe! 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 Der Mensch ist das heute höchst entwickelte Säugetier. Ihm am nächsten verwandt ist der Schimpanse. Nach Verlassen des Tier-Mensch-Übergangsfeldes vor etwa drei Millionen Jahren trat als neuer Faktor der Geist in das Ursachengefüge der menschlichen Evolution ein. Return to Horror High. Ein Film für Menschen mit starken Nerven. Junge, das war exzellent! Schnitt! Ich hab die Szene immer noch nicht begriffen. Das ist doch unwichtig. In einem Horrorfilm wollen die Leute Blut und Action sehen. Durch die Kamera sieht doch alles ganz anders aus! Was? Ich hab die Kamera! Ich hab die Kamera! Ich hab die Kamera! Die Polizei wird bestimmt alles aufklären. Ja. Oh, lass mich noch so ziehen! Hilfe! Schlipp! Großartig, Kelly, du warst fabelhaft! Okay, jetzt bringe die Szene mit der Autofahrung. Schluss jetzt, Amos! Hör auf! Kelly! Was ist? Ich glaube, ich bin tot. Return to Horror High. Demnächst in Ihrer Videothek.